So, da oben in dem Haus, da wohnt mein Bekannte. Du gehst so lange hier rein und bestellst hier ein Eis, ne? Ich denke, du hast kein Geld mehr. Ach, dafür reizt's gerade noch. Ciao. Ciao. Ich hol dich dann ab. Was darf's sein? Ein Eis. Mille grazie. Grazie. Thank you very much, please. Merci beaucoup, Madame. Dankeschön. Thank you, Miss. Grazie, Tante. Mille grazie. Ecco. ... Manchmal schau ich dich an und dann denke ich daran, dass ein Tag kommt, an dem ich von dir geh. Und dann wird's mir so schwer, als wenn's schon heute wär, entscheiden, entscheiden tut's so weh. Einmal sag ich ade, wenn ich dann von dir geh, aber scheiden, scheiden tut's so weh. Manchmal sitzt du bei mir und dann sage ich zu dir, dass ich immer im Leben zu dir steh. Und dann lächelst du reiß und sagst ganz still, ich weiß, während scheiden, scheiden zu weh. Einmal sag ich ade, wenn ich dann von dir geh, Super. Sieh, Signore. Die Stimme kenn ich doch. Da oben, in dem Lokal. Du, das ist der Junge, der bei uns im Auto gesungen hat. Ja, tatsächlich, du hast recht. Komm mit. Machen Sie mal alles schön voll, wir kommen gleich wieder. Sieh, Signore. Sieh, Signore. Das wird schon bald vergehen. dann von dir geh, aber schreitend, schreitend tust du weh. Untertitelung des ZDF, 2020